Der Wagen vor mir sitzt die alte Hexe Fährt ständig links und blockt die ganze Spur Ich muss sie überholen, sonst komm ich wohl nie ans Ziel Wieso sitzt die nicht auf nem Besenstiel? Der Typ da hinter mir sieht einfach süß aus Ich hasse sie Ich glaube, der ist wirklich auf mich scharf Ich bring sie um Der will mich wohl verführen und dann unsinnlich berühren. Ich geb ihm an ein Zeichen, dass er's darf. Ich werd die Alte jetzt von hinten rammen. Oh, er kommt näher. Da fliegt sie aus der nächsten Kurve raus. Mein Gott, geht er ran? Ja, dann kann sie verreckend hinter irgendwelchen Hecken. Dann ist es mit dem Hexenleben aus. Radal, 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 radal. Radal, 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 radal.